Hey Leute! Willkommen zurück bei Rook Legacy und wir werden mal wieder mit einem Bestechen damit dass wir weniger bezahlen müssen. Level 51 übrigens. Oh wir haben ein neues Schwert. Plus Gewicht plus Schaden. Why not? Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Gewicht. Ich überleg gerade. Ne. Mit 260 haben wir bestimmt nicht genug Gewicht. Ne. 29 brauchen wir. Gut. Ich habe mal Grants ein bisschen gefragt, der in dem Spiel anscheinend extrem gut ist. Aber mit dem Gamepad Controller. Haha. Ne. Ich habe mal gefragt, wie es mit der Rüstungswert aussieht und wir haben beide festgestellt, also bei den anderen sind korrekt, dass der Rüstungswert exponentiell ist. Nicht. Potenzial. Ja. Genau. Jedenfalls. Je mehr Rüstung du hast, es wird doppelt so viel Rüstung hast. Ah. Ich guck mal. Ich fühle dich und wieder hab. Nochmal. Äh. Angenommen du hast 50 Rüstung, dann bekommst du die Hälfte reduziert von Schaden und wenn du nochmal 50 Rüstung bekommst, bekommst du wieder Hälfte. Äh. Du hast 25% reduziert. So die Annahme. Also je mehr Rüstung du hast, desto weniger wirkt sich die Rüstung effizient aus. Heißt also, dass wirklich effizient ist hier nicht die Rüstung, sondern mehr die Lebenspunkte, die einbringen. Heißt wiederum für uns, oh Gott, das wäre denn, was für dumme Dinger, das wir schon wieder sind, dass wir nicht versuchen, viel Rüstung zu bekommen, sondern, äh, sehr viele Lebenspunkte für die Klassen. Und Vampirismus ist jetzt auch nicht gerade unbedingt das Beste, denn, was, die Fieder aus Annemies, können wir gerne machen. Ach mein Gott. Ach ja, überall Bilder, klar. Und ich muss überlegen, du weg da. Och Gott, das Bild. Nein. Ach, ich habe immer noch die Sache, dass ich zurück, Schaden zurück mache. Und Grace Moon, Chef Plate. Die Feed All-Anemies ist noch das simpelste. Im Fest, müssten wir mehr auf Leben gehen, als auf Rüstung. Das schon mal als Anmerkung. So. Okay, wir machen erstmal die Bude frei. So. Ich finde es so geil, wie ich die Sachen zerstöre. Einfach nur durchtreffen. Hier. Das ist noch Gold. Uiuiuiui. Und das mache ich noch kaputt. Das ist sehr schön. Hallo, bleib hier. Jungen. Uuhuhuhu. Uuhuhu. Uuhuhu. Mann. Junge, lass mich in Ruhe. Hier sind sehr viele Truhen, die würde ich gerne haben wollen. Ich bin ein bisschen befordert. Okay. Auch damit, dass ich damit die Sachen automatisch kaputt mache. Und so viel Gold war das jetzt gerade eben nicht. Okay. Mannertrecke, ey. Ah, die ging auch durch die Wände, wa? Das wäre wieder so eine Sache, womit man All-Defeat-All-Enemies machen kann, wenn die hinter Wände was hier stecken. Und hier kommt mir mal wieder vor, als könnte man die durchgehen. Das müsste gleich was kommen. So, okay. Auf der anderen Seite gibt es auch noch was. Mhm. Und? Wo bringt es mich hin? Aha. Interessant. Oh. Nicht ordentlich getroffen. So. Hier überall die Dinger, wo man denkt, wenn man klein ist, kann man da durchpassen. Aufpassen. So. Können wir doch simpel hin. Oh Gott. Das will. Aber ich mach die Dinger damit auch kaputt. Hohohoho. Ranger Brace. Boah, es ist immer das auch ist. Aber was kann ich noch machen? Stimmt ja das ja. Ein bisschen aufpassen, Junge. So. Na? Ne. Nur Mannertrank. Lass mich schon in Ruhe. Oh, jetzt dachte ich gerade, wäre schon wieder so ein Ding. So, aber da oben. Oh. Jetzt ist gerade das Teil kaputt gegangen. Hier kann ich auch nochmal. Und ist nochmal kaputt gegangen. Wenn die oft genug abprallen, gehen die kaputt, habe ich schon mal mitbekommen. Und hier. Okay. Darauf eingestellt. Zack. Okay, auf dich habe ich mich nicht eingestellt. Wieso sollte ich auch? Wissen das, was einmal von unten kommt. Okay. Uninteressant. Ich habe nur noch 13 Leben. Wow. Ich habe es gesehen. Und gleich reagiert. Komm her. Ich habe sie. Ich töte dich. Okay. So. Genug Schaden gemacht. Anni nicht genug Intelligenz. Das Dingens runter springen. Ich wundere das gerade ein bisschen. Und die kommen wieder ab da oben. Kommt man weiter. Ja klar. Durch die Wand durch. So. Niemand ist von mir sicher. Nicht mal ansatzweise. Er doch eigentlich schon. Und der Waldblatt macht sich eigentlich momentan schon ganz gut. Muss ich mir behaupten. Und neue Sache. Silver Brace. Wieder so neue Gegenstände. Und nicht unbedingt neue. Nicht mehr Gold. Interessant. Nein. Okay. Wo? Okay. Hab dich. Wow. Nein. Nein. Da weißen daneben. Die systemische Schaden. Okay. Wir haben viele Gegner getötet. Mimi. Wollen wir mal Mini-Mini nehmen? Ich nehme. Okay. Bisschen Geld. Ich hätt drauf achten sollen, was sie hat. Wir haben neue Sachen, oder? Genau. Einmal mehr Magie und noch mehr Magie. Interessiert mich überhaupt nicht. Das bringt mir Magie. magie ist gleich schaden wahrscheinlich also magie schaden das bringt mir noch am meisten warum klappt es nicht ihr willst kaufen ich habe doch 750 das wäre 145 gewicht ich sehe sowas von verrückt plus 35 145 gewicht habe ich so wenig geld hat zu wenig geld leute ich bin aber auch eine banane okay die waffe okay oder ja die waffe bleiben wir dabei hast du was neues für mich ja new downgrading weiter anemies geslauer hatten wir schon mal da zankjuh aber wir gehen vorbei hey du lass mich durch ich bin wichtig und wie macht mich die ohne farbe alles fertig ja ich habe nicht gesehen wie du angreifst wo ich wusste es doch ich wusste es so komm mal her du du aufblatt machen ok ok gleich mal wieder zurück ok gibt es aber auch nirgends wo irgendwie noch mal ein ei oder ausgang wenn die sachen hier waaah 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 konzentration konzentration ach mann ok zu viel schaden eindeutig genommen oh da gibt es gleich was zu essen das ist gut sehr gut jetzt muss mich wieder daran zentrieren dass ich wieder nicht sachen kaputt machen kann wie ich dagegen laufe da gibt es mister boni bei uns und magie haben wir die ja auch nicht wie gesagt kann man durch Wände schießen nicht unbedingt was schlimmes zack und nochmal zack bild böse nicht dass die goldmünze jetzt da oben hängt mein gott ist auch nix ok jetzt mal noch kurz nach links take no damage das schrägt schon wieder an hier ok es hat angefangen und ich kau ab wir haben hier geins viel geld und der gleich noch n wow wer bist du denn zumbi schnu nicht bild ich habe schon wieder kaum noch leben schon wieder fast über 200 lebenpunkte verloren immer so viel haben wir mit dem kage gar nicht so was will ich nicht noch mal leben und da falle ich spiel also ich brauche farbe anscheinend ich brauche echt farbe sonst komme ich damit nicht klar ouch aber hp recovery die macht die dinger noch kaputt ha 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 ich denke konnte der ich bin so gekommen dass ich folgen wenig geld dafür bekommen er ist klar ich wundere mich immer wieder dass diese mages extrem viele lebenspunkte haben für vergelten ist dass sie sowas sind nämlich mensch ist jetzt noch mal keine maria noch mal essen danke gott wie sehr ich essen brauche hier ich hoffe ich finde hier irgendwie die toure vor teleporter und sowas alles damit ich noch mal mich auffrischen kann mich ein bisschen fröhlich machen kalt für euch noch mal essen hey super was wir hier jetzt probiert nach mann naja hier knütze ich in die wand das ist mir banane ach man du musst doch nicht sein ach so einer bist du da hinten ich habe noch gehofft kann schnell wieder runter zu kommen weil ich das gesehen hatte viel zu spät ich habe aktiviert jetzt bin ich wieder hier aber ich zerstöre die dinger wenigstens also nicht mehrmals darauf reinfallen es reicht und da kommt noch ein böses bild dieses bild getötet und denkt dran ich bin ein paar bar ich kann was machen war der boom fast rode oder was ist ich sag trotzdem fußruder auch wenn es bis eine anspielung darauf ist findest du kein dass man bei beißen der fähigkeit macht vielleicht ja klar ich hab nur noch 30 links buch du bist du das ich hasse wohl nicht war aber ich hasse nicht war aber also grau schwarz sie ist schrecklich ehh you a fan of the man you move faster das klingt gut ok spell eggs wegehen aus und sehen uns hier wieder bis denn ciao ciao